einen wunderschönen guten tag mein name ist beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem let's play simcity zusammen mit euch wollen wir die 2,5 millionen einwohner marke erreichen wir haben momentan es hat sich immer ein bisschen was getan ich habe nichts gemacht aber habe noch ein paar leute eingeladen und die bauen schon fleißig weiter wir haben jetzt schon 92.000 bald schon immerhin die 100.000 marke erreicht können wir mal gucken wer ist jetzt noch neu dazugekommen ludolf war davor schon da x hero 10 glaube der ist auch schon länger da ich weiß es jetzt gar nicht genau ich werde einfach mal hier drehen bacher hat man auch schon davor es müssen aber neue dabei sein hier crazy kurs ist neu dabei dann habe ich gerade eingeladen mit markant okay ist wahrscheinlich auch der standard name ich weiß es gar nicht ansonsten hier hinten hat man glaube ich auch schon als wir sind jetzt weiß ich gar nicht sieben leute oder so oder acht leute da kommen auf jeden fall noch ein paar dazu es ist ja erst noch nachmittag ich denke heute abend dann spätestens hoffe ich dass die karte voll ist das ging mir auf jeden fall hin es sind ja auf jeden fall genug leute die da noch lust hätten notfalls damit zu machen übrigens nicht traurig sein wenn ihr es nicht geschafft hat mit auf die karte zu kommen ich das ich werde danach definitiv noch eine multiplayer map spielen mindestens eine vielleicht auch noch mehr je nachdem wie halt lust da ist und dann wird auch wieder neue bewerbungsphase gestartet nur so viel dazu machen wir weiter ich werde mal wieder schnell machen wir machen ja gar nicht so schlecht geld wir machen hier plus 4000 da gucken wir jetzt erst mal wie sieht es denn aus jetzt hier polizei gesundheit wollen sie kann ich denn eigentlich wurde erklärt dass die fahrzeuge die ich weg schicke an andere dass die trotzdem noch bei mir bleiben was sollte ich das vielleicht einfach mal machen die fahrgäste nur wir brauchen hier gerade was kann ich jetzt einfach hier das so verteilen können wir einfach mal machen mache ich mal hier zum urbach einen ein so ein fahrzeug machen wir hier noch eins rüber so und hier drüben wird wahrscheinlich nicht gehen schätze ich weil das weit weg ist kann so noch mal probieren na finde ich es nicht mehr hier es geht nicht mehr okay keine straßenverbindung alles klar ok dann schicken wir einfach noch hier eins rüber dann ist das fair aufgedeckt sich mein nachbarn die direkt bei mir sind und dann passt das auch schon damit ein helikopter haben die können wir dann wahrscheinlich überall hinschicken schätze ich kann man kann nur ein polizei haben wir noch gar nicht da muss man da mal gucken und einer ich habe jetzt gerade namen vergessen hat auch schon im chat eben angeboten dass wir dort sein und unser abwasser abgeben können da muss man dann mal gucken auf jeden fall da baue ich jetzt erstmal polizeirevier weil das ist wohl doch noch dringend notwendig mit klinik muss man dann auch noch ausbauen da würde ich ja jetzt wieder gucken dass man das irgendwie zentral hier irgendwo hinpflanzen und wie wärs denn hier direkt wollen wir einfach hierhin so da scheinen wir auch keine platzprobleme zu haben mache ich einfach mal so dann bauen wir es direkt mal aus da bauen wir jetzt mal ein gefängnis ran würde ich meinen ja machen wir so hier einen streifen da haben wir kein geld mehr für okay dann bauen wir erstmal noch ein schild und eine fahne weil es so schön ist und weiter geht es wir haben jetzt auch schon 12.700 einwohner haben wir jetzt denn die 100.000 immer noch nicht jetzt haben wir uns sogar wieder davon entfernt gerade ich dachte wir hatten eben mehr gehabt ich weiß es gerade nicht und wir haben ja einige questen da klicken wir einfach mal drauf das warte zimmer ist rand voll mit sims die einen arzt brauchen wir brauchen mehr patientenzimmer um alle zu behandeln oder alle behandeln zu können sorry dass ich dich jetzt unterbrochen habe herr sim aber diese sim sprache da die kann man auch ruhig mal übertönen ja da bauen wir halt noch so einen krankenflügel patientenflügel hier machen wir einfach hierher machen wir haben kein geld nein jetzt müssen wir doch geld haben 12.000 ich mach mal schneller bauen wir erstmal ein schild einfach hierher ist das jetzt ordentlich drauf ja sehr gut na los kommt die stunde ja es dauert noch ein bisschen bis die stunde voll ist da warte ich so lange mal noch auf jeden fall haben wir ja dann erstmal die basic grundgebäude das ist ja schon immer erstmal gut und jetzt haben wir schon 13.000 einwohner es geht gut voran ja ja hier der xhero hat bald 50.000 einwohner ich habe 13.000 einwohner aber ich muss ja zwischendurch auch mal pause machen und so aber schon eine stolze zahl 50.000 das in der kurzen zeit ist mal richtig nice also ich bin zuversichtlich dass wir das auf der karte geschafft mit den 2,5 millionen es wird auf jeden fall nicht leicht wir hatten in der letzten region der multiplayer karte wo ja auch einige gute städte dabei waren hatten wir irgendwas um 1,2 millionen einwohner das heißt wir hatten dann nicht mal die hälfte erreicht es wird auf jeden fall nicht leicht man muss sich da auf jeden fall schon konzentrieren denke ich vor allem ich muss mich davon konzentrieren so wie sieht es aus 18.000 haben wir da kann man es jetzt upgraden die klinik die war hier ok bauen wir jetzt noch so einen flügel hin so einfach hierher und wir können jetzt sogar einen krankenwagen stellplatz bauen bauen wir mal noch einen ja bauen wir direkt hierher so das sollte jetzt auch erstmal ausreichen hoffe ich zumindest dann haben wir noch quests hier ok ah beam lpp freut mich sehr dass sie gekommen sind denken sie nur an die ganzen herrlichen wisse taten und verbrechen die vor uns liegen gott segne ihr kaltes schändliches herz ich bin dr dick wo ist rechte hand ja ja unsere erste aufgabe besteht darin diese unschuldige kleine stadt in eine brutstätte des bösen zu verwandeln lassen sie uns weitere schmutzige fabriken bauen und alles daran setzt neue kriminelle in die stadt zu locken er quatscht aber auch gerne und viel wie es aussieht wenn auch letzt plane der doktor oder wer das auch immer ist es ist der doktor oder es ist einfach nur so und so ein manager von denen ich muss sie außerdem darum bitten für doktor und seine handlanger einen turm zu bauen er hat es ziemlich satt seine kriminellen machenschaften vom kaffee um die ecke aus zu regieren alles klar weiß ich nicht ob ich das machen möchte mal gucken wir haben jetzt industrie machen das vielleicht einfach mal eine kleine belohnung dafür wir haben auch noch eine quest wir müssen passagiere abweisen weil wir nicht so viele transport nicht so viel transportieren können können sie eine weitere garage bauen mache ich natürlich habe ich auch kein problem damit müssen wir sowieso noch mal irgendwann und hier geht es auch schon weiter und auch nicht ane das einfach nur das symbol ich verstehe ich verstehe ok dann gucken wir erstmal dass man das mit dem bus ding hier machen wie viele sie dann haben fügen sie zum shuttle bus depot einen shuttle bus hinzu das zweite haben wir schon gelöst ok straße 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 hier muss drauf drücken und das ding hatten wir hier hingebaut stimmt dann machen wir das doch mal warum einfach hierher und das hätten wir gelöst großartig und schon wieder mit kein geld mehr sieht es denn aus können wir dann noch ein kredit aufnehmen wir haben schon alle drei aber wir machen trotzdem plus ob wir drei gedritte abbezahlen das passt erst mal und bald sollte auch mal wieder gucken wie das den export was reinkommen auf jeden fall kommt hier das handelsdepot sehr gut hinterher also es war auf jeden fall gut von mir habe ich vielleicht ausnahmsweise mal mitgedacht dass ich das nebeneinander gebaut habe hier damit die fahrtwege nicht so weit sind ja schön 14.500 wo irgendwie region oder es wird einfach schlecht aktualisiert das kann auch sein ich weiß es gerade nicht also meine zahl stimmt auf jeden fall aber die region die kommt irgendwie nicht über 100.000 grad obwohl das eigentlich hätte ich gedacht schon dass wir das jetzt weiter erreicht hätten ich weiß es nicht so 8.000 was könnte man jetzt noch machen was können wir jetzt noch machen was sieht es denn hier aus können wir gleich wieder upgraden wenn wir 15.000 haben wir können natürlich auch mal eine abteilung bauen ich weiß aber nicht was wir schon alles haben das würde mich mal interessieren das wird ja leider nirgendwo angezeigt oder jetzt schon wieder ein symbol unsere stadt wird von der wirtschaftlichen talfahrt mitgerissen unternehmen sie etwas mache ich hat mir vorhin schon gemacht stellen sie mehr jobs zur verfügung und mehr unterkünfte alles klar was wollen sie haben gewerbe vor allem wahrscheinlich gewerbe niedrige grundstückspreise wollen sie ja da bauen wir dann mal noch was da machen wir erstmal ich wollte schon mit hoher dichter weitermachen und irgendwann auch die straßen mal upgraden bald hier suchen was wir sind hier hier ist der park da reiße ich den park ab baut er noch mal neun hin ich hätte das schon gerne so dass das halbwegs wenigstens gut aussieht so um hier erstmal noch gewerbe hin und könnten ja könnten ja hier die straße auch noch machen und die weiter ziehen auch ich mache jetzt gleich hohe dichter ja manchmal so hier hier müssen wir auch noch was durchziehen die straße ja manchmal hier das wird dann schon ganz schön teuer ja egal machen genug plus so wir bauen jetzt erst mal noch gewerbe hin ich finde es gar nicht so schlecht und hier gewerbe ist man könnte höchstens ich würde ja sagen dass wir weil ich wir auch nicht so viel industrie bei mir haben eigentlich dass wir dann hier das gewerbe hier nach rechts ziehen irgendwie dass wir das dann vielleicht hier weg machen und hier dann noch wundgebiete das machen würde ich erstmal sagen wobei es jetzt ja noch gar nicht so sehr darum geht viele einwohner zu bekommen jetzt geht das mal eher darum die stadt zum laufen zu bringen viel geld zu verdienen und dann später kann man sich ja darum kümmern viele einwohner zu kriegen also würde ich erst mal darauf achten dass die stadt läuft ja bauen wir hier erst mal da bauen wir hier noch gewerbe hin wenn sie was wollen wollen sie ja auch gewohngebiete wollen sie aber auch haben ja da brauche ich ja auch noch gewerbe hin würde ich dann hier die industrie erstmal abgrenzen denke ich da können wir das eigentlich gleich mal nur ausbauen dass er hier rechtswesen industrie ist die straße mal lang und hier komme ich ja mit der straße leider nicht am kraftwerk vorbei das ist ungünstig aber hier kommen wir lang dann können wir hier noch runterfahren so geld haben wir wieder gerade so ausreichend so industrie hier auch noch die straße kann man eigentlich auch mal durchziehen da man jetzt aber langsam geld ich warte jetzt dass wir ein bisschen geld haben brauche ich erstmal mittlere dichte weiter so ich meine diese karte vollgebaut ist ziemlich schnell aber dann diese detailarbeit wird diesmal denke ich ein bisschen mehr zeit erfordern also sehr viel mehr zeit weil da geht es ja dann erst los dass man sich darum kümmert dass man wirklich viele einwohner bekommt ist jetzt verbunden ja sieht so aus dem hässlichen weg ja warum erstmal niedrige dichte ich will es erst mal wenigsten weitermachen das ist schlecht so zu einer kreuzung okay das ist wahrscheinlich weil ich das nicht geupgradet habe dann mache ich das einfach jetzt mal da ist das auch niedrige dichte dass mittlere dichte okay mittel jetzt müsste es aber eigentlich gehen hoffe ich zumindest sehr gut super wie ich mir vorgestellt haben da brauchen wir jetzt auch noch wohngebiete hin pflanzen dann klein ein paar parks hin und schulbüssen und so das darf man nicht vergessen und hier haben ja auch nur die übelste freifläche aber die ist ja eigentlich eingeplant für die für die ölwerke aber mal gucken man kann ja trotzdem ein paar wohngebiete hinsetzen muss man da mal schauen aber erstmal mache ich hier erstmal alles voll würde ich sagen parks bauen erstmal ich gehe erstmal weiter auf niedrige grundstückspreise denke ich hier noch ein grill pavillon und jetzt nur busseite stellen so ich freue mich jedes mal wenn sie sich freuen das kennt ihr ja mittlerweile bin ein sehr sozialer mensch so hier auch noch busseite stellen brauchen wir überall hier auch noch so sieht ja erstmal ganz gut aus hier können wir auch noch eine hinsetzen und jetzt ist beidesgehend alles abgedeckt machen wir halt hier noch eine hin brauchen wir später sowieso noch ja jetzt haben wir die quest auch wieder gelöst super dass man gut tun muss man gucken das max herren maxis herrenhaus das geht noch was später hin das können wir uns glaube ich sowieso noch nicht schon müllentsorgung ich überlege gerade soll ich mal fragen ob ich irgendwo den müll abladen kann kann ich bei wem müll abladen man sieht ob jemand reagiert ich finde den chat aber ein bisschen doof gemacht glaube ich wenn man sieht sieht man denn was wenn man den aus hat wenn jemand was schreibt muss man mal testen wenn jetzt jemand antwortet was ist jetzt los ich komme nicht mehr ich kann die kamera nicht mehr bewegen jetzt geht es wieder okay das war ja merkwürdig ansonsten müssen wir jetzt noch kurz warten ansonsten müssen wir den bild der bunni bauen ansonsten haben sie kein problem kann man upgrade aber wir können upgraden ja gut dann müssen wir nach dem abteilung bauen das müssen wir schon machen ich habe wahrscheinlich das rato schon wieder viel zu zu gebaut aber wir müssen ja nicht alle abteilungen bauen deswegen ist das jetzt nicht so wild sind auch wir alle quickly super hat jemand geantwortet antwortet keine sind gerade zu sehr auf ihre stadt fokussiert dann müssen wir erst mal müll bauen können wir später immer noch wir abreißen wir haben ja genug platz hoffe ich zumindest müllhalter nach die gute aus wir bauen auch ganz rechts am rand einfach so hier so unterbaue ich jetzt gleich kann ich mir schon leisten nein noch nicht ich würde gerne dass man verbrennungsturm bauen direkt na warte noch kurz das kostet ja dann pro stunde eigentlich 300 das geht ja noch geht noch so gerade so es ist nur eine dazugekommen hat der fcp jenz hat sich badding in beam angeschlossen okay das hat keiner geantwortet schade kommen dann vielleicht später noch was dann können wir dann immer noch nur fest abreißen hier müssen wir uns jetzt erstmal müssen wir das erstmal selbst anpacken das problem hier ja müllverbrennung bauen einfach mal und dann müssen noch transporter bauen da braucht man nämlich nicht so eine lagerplatz haben wir reichte einer aus dann da bauen wir ganz rechts hin so ein garagen brauchen wir noch da müssen wir noch mal kurz sparen aber wir machen ja noch plus 5000 obwohl wir drei gedulden abzahlen das wird schon plus export wo wir auch schon 40.000 immerhin jetzt machen zumindest in diesem monat 36.000 wenn wir das noch weiter ausbauen wird das auf jeden fall na los hier geld 9000 transporter sind schon noch wichtig das ist ja das kraftwerk hoch aber apropos das kraftwerk schild das bauen wir ruhig mal hier an der autobahn hin damit jeder sieht hier leute ist ein ölkraftwerk haltet euch lieber die nase zu so garagen bauen wir einfach mal hier hin das passt eigentlich ganz gut so und schon wieder kein geld mehr ja mal gucken spätestens wenn die kredite abbezahlt bin dann nehme ich gleich wieder neun auf na los gleich ist es um dann müssen wir wieder ein bisschen geld bekommen vielleicht können wir sogar zwei garagen kann man nicht ganz bauen schade er baue ich hier noch eine garage erstmal hin vielleicht reicht das ja auch erstmal hoffe ich zumindest sieht es aus einwohner 106.000 wir haben die 100.000 marke schon mal überstiegen oder ja eingeholt oder wie auch wir haben auf jeden fall mehr als 100.000 einwohner das ist schon mal ja ein fünfundzwanzigstel haben wir jetzt schon mal also besser als noch vor ein zwei folgen wo wir ein prozent hatten ok cool ich freue mich auch gerade dass die stadt halbwegs läuft wir haben jetzt schon mit der stadt so viele einwohner wie mit dieser casinostadt von der letzten staffel von der letzten multiplayer staffel ach ja nicht soll die kamera nicht immer so hinbewegen weil es ein paar sich beschwert haben dass dann in denen immer schlecht wird motion sickness bei sim city gibt es also auch ich hatte das problem aber bei portal gehabt hatte bestimmt auch der eine antrag von euch gespielt da hatte ich sogar bei portal 2 ein paar gab es ein paar bereiche wo ich ein bisschen motion sickness hatte also musste da mal kurz fünf minuten pause machen und konnte dann wieder weiter spielen hatte ich habe ich sonst eigentlich nie so in der form na gut ok weiter 19.000 haben wir schon wieder ich weiß nicht ob die zwischen und her kommen gucken wir einfach mal müssen wahrscheinlich jetzt erstmal abwarten hier ich würde einfach noch mal einen transporter baue ich mal noch schaden kann es auf jeden fall nicht und ich gucke mal wir hatten sogar schon einen turbin generator mit verbrennen motor an ja was man alles so eine müllhalde bauen kann ne ich war wieder falsch deswegen sorry ja hier hin so passt das mal denke ich hoffe das hinterher kommen muss man ein auge behalten mal bildung lassen sie mal voll ok bauen wir das auch mal aus können wir denn schon ein gimme bauen wir könnten schon ein gimme bauen aber da haben wir noch nicht genug geld dafür bei mir wurde ja gesagt auch in comments dass wenn man gimme hat kann man die grundschule abreißen bei gimme zählt auch für grundschule mit ja werde ich dann auch machen sobald ich mir das leisten kann momentan geht das leider noch nicht dann bauen wir erst mal noch schulbus und noch ein klassenzimmer dann machen wir gleich eine obere etage drauf so passt das mal und ich sehe gerade die brauchen achja bus haltestellen für die schulkinder habe ich ganz vergessen und da freuen sie sich wieder wunderschön wunderschön und das hätten wir das ist hier gewerbe alles ne ja das ist gewerbe dann passt das doch erstmal würde ich sagen oder sieht gut aus sieht gut aus ja würde ich sagen machen wir an dieser stelle erstmal schluss nächste folge gucken wir mal nächste folge vielleicht schon die 200.000 mal schauen ich werde jetzt direkt hintereinander weg aufnehmen auf jeden fall weil wie gesagt ich werde ein bisschen schritt halten hier und das sieht ja im hintergrund echt nicht schlecht aus also auf jeden fall ringsrum um meine stadt wird schon mal gut gebaut und es werden jetzt auch bald noch mehr leute dazukommen und ihr seht auch schon wieder die nächste quest machen wir dann alles in der nächsten folge bis dahin das war's von mir macht's gut